hey freunde herzlich willkommen auf meinem kanal sonys garage heute zeige ich euch wie wir bei einem opel astra gcc 1,2 bauer 98 die inspektion bzw den intervall löschen und verlängern bremse drücken tagskilometer gedrückt halten zündung drehen inspektion leuchtet so haben wir die inspektion zurückgestellt kilometer steht auch ok jetzt können wir loslassen jetzt ist der um weitere 30.000 verlängert so freunde wie ihr gesehen habt geht das ganz einfach ich hoffe es hat bei euch geklappt wenn nicht guckt euch das video noch mal an wenn fragen sind einfach in die kommentare schreiben über einen daumen hoch sowie ein abo würde ich mich freuen danke noch mal an jeden jeden einzelnen wir sind schon bei 208 abonnenten gelangt vielen vielen dank ich hoffe dass diese zahl noch steigt dass wir zusammen was auf die beine stellen ich glaube da fest dran und sage bis zum nächsten mal euer sony ciao